Was sind die verschiedenen Nebenwirkungen von Anika Montana? Bei Anwendung als tropische Salbe als homöopathisches Präparat sind die Nebenwirkungen von Anika Montana ungewöhnlich und mild und treten meist nur bei längerer Anwendung auf. Kleinste Hautreizungen am Ort der Behandlung sind am wahrscheinlichsten. Die Nebenwirkungen sind viel schwerwiegender, wenn die Substanz oral eingenommen wird, und sie können lebensbedrohlich sein. Anika Montana wird seit Jahrhunderten als traditionelles pflanzliches Heilmittel verwendet. Auch als Anika, Bergamnika, Wolfsfluch, Leopardenfluch und Berg-Tabak bekannt, kommt dieses mehrjährige Kraut hauptsächlich in Europa vor, wo es seit dem 16. Jahrhundert medizinisch verwendet wird. Als Creme oder Salbe wird es am häufigsten zur Behandlung von leichten Verletzungen wie Bluttagüssen verwendet. Verstauchungen, Insektenstiche, Muskelschmerzen, Schwellungen und Rheumatoide Arthritis wurden mit diesem Kraut behandelt. Die Gefahren von Anika Montana Nebenwirkungen sind am schlimmsten, wenn sie eingenommen werden. Zittern, Schwindel und Erbrechen sind mögliche Reaktionen, und im Laufe der Zeit riskieren Patienten eine Schädigung der Leber und der Nieren. Die schwerwiegendsten Nebenwirkungen betreffen das Herz und können hohen Blutdruck, unregelmäßige oder schnelle Herzfrequenz und sogar Herzinsuffizienz umfassen. Orale Dosen von Anika Montana dürfen nur unter Anleitung und Aufsicht eines Arztes eingenommen werden. Homöopathische Zubereitungen können auch Anika Montana verwenden, aber wie bei allen diesen Behandlungen wird das Präparat so stark verdünnt, dass das Kraut nur in Spuren vorhanden ist. Einige Präparate werden so stark verdünnt, dass der Inhaltsstoff chemisch fehlt. Daher sind Nebenwirkungen, die sich aus homöopathischen Behandlungen ergeben, unwahrscheinlich. Die topische Anwendung dieses Kraut wird allgemein als sicher angesehen, und die meisten Menschen reagieren nicht auf eine Salbe. Allergische Reaktionen sind ebenfalls möglich, und Anika Montana sollte von Personen, die Allergien gegen die Substanz kennen, vermieden werden. Regelmäßige topische Anwendung kann die Hautreizen und Blasenbildung, Eczeme, Pling und Hautausschläge sind mögliche Nebenwirkungen. Wenn eine dieser Bedingungen am Ort der Behandlung beobachtet wird, sollten die Patienten die Salbe nicht mehr verwenden. Hauterkrankungen, die sich nach Absetzen der Behandlung nicht bessern, erfordern möglicherweise einen Arztbesuch. Wenn Anika Montana an oder in der Nähe einer offenen Wunde angewendet wird, werden Nebenwirkungen häufiger und schwerwiegender. Anika Montana sollte nicht in der Nähe der Augen oder des Mundes angewendet werden. Bei der Behandlung sehr kleiner Kinder ist Vorsicht geboten, sodass keine Gefahr besteht, dass sie an der verletzten Stelle krauen oder saugen. Experten empfehlen Frauen, die schwanger sind, dieses Kraut nicht.